Damit Menschen sich auf der Grundlage der Informationen in den Medien eine politische Meinung bilden können, ist es wichtig, dass sie diesen Informationen auch Vertrauen schenken. In diesem Video wollen wir uns ansehen, wie es um das Nachrichtenvertrauen der Menschen in Deutschland bestellt ist. In einer Online-Befragung haben wir im Januar 2023 dazu 2000 Leute befragt. 43% sagen, dass sie dem Großteil der Nachrichten im eigenen Land meistens vertrauen können. Auch wenn diese Zahl nichts über die tatsächliche Qualität der Medien aussagt, gibt sie einen Hinweis darauf, wie Nachrichten in Deutschland von der Bevölkerung wahrgenommen werden. Besonders die Nachrichten von ARD Tagesschau, ZDF Heute sowie regionalen und lokalen Tageszeitungen werden als vertrauenswürdig erachtet. Im internationalen Vergleich mit 46 Ländern befindet sich das Nachrichtenvertrauen in Deutschland auf einem hohen Niveau, nämlich auf Platz 14. Im Langzeitverlauf seit 2015 ist das Vertrauen in die Nachrichten in Deutschland jedoch leicht gesunken. Eine Ausnahme gegen diesen Trend bildet das Jahr 2021. Hier kam es zu einem deutlichen Anstieg des Vertrauens. Eine kurzfristige Änderung, die sich auch in anderen Ländern beobachten lässt. Das könnte damit zusammenhängen, dass es in der Corona-Pandemie ein großes Bedürfnis nach verlässlichen Informationen und Orientierung durch die Medien gab. Natürlich schenken nicht alle Menschen den Nachrichten gleichermaßen Vertrauen. Unsere Ergebnisse deuten darauf hin, dass ältere Menschen den Nachrichten im Allgemeinen eher vertrauen als jüngere. Gleiches gilt, wenn auch weniger deutlich, für Menschen mit einer höheren formalen Bildung. Ebenfalls eine Rolle spielen politische Einstellungen. Menschen, die ihre politische Orientierung eher als rechts- bzw. konservativ bezeichnen, bringen den Nachrichtenmedien in Deutschland tendenziell eine größere Skepsis entgegen als Menschen, die sich selbst am linken Rand oder in der Mitte des politischen Spektrums einordnen. Insgesamt ist das Nachrichtenvertrauen ein sehr komplexes Phänomen und hängt nur schwach mit bestimmten soziodemografischen Eigenschaften zusammen. Neben individuellen Aspekten wird das Vertrauen beispielsweise auch von den politischen Gegebenheiten des jeweiligen Landes oder seinem Mediensystem beeinflusst, wie etwa dem Grad der Pressefreiheit. In Teil 3 unserer Videoserie stellen wir die Frage, ob und wie die Nachrichtennutzung das Nachrichtenvertrauen beeinflusst.